Willkommen. In diesem Video zeigen wir eine Strategie für das Intraday Trading auf den S&P 500 Futures, die aber generell auch für andere Instrumente relevant sein wird. Die Strategie ist sehr einfach und so klar wie möglich. Dafür benötigen wir ein einfaches Cluster Chart mit Volume Clustern und auch mit richtig konfigurierten Volume Limits. Wir haben bereits Volumen Limits konfiguriert. Getrennt für die American Session und getrennt für die europäische und asiatische Trading Session. Trading ist vor allem für den vorbörslichen Markt relevant, also für die europäische Session. Kurz gesagt, was wir für das Trading brauchen, außer den Volumen. Wir nehmen die Schlussvolumen der amerikanischen Session. Wie wir wissen, haben wir die größten Volumen am Ende der amerikanischen Session. Und meistens handelt es sich um eine solche Ansammlung von Volumen mit entsprechend angepasster Filterung. Wir markieren für uns die Zone der Volumen vom Schluss der amerikanischen Session und dann bei der Eröffnung. Bei den asiatischen und europäischen Sessions beobachten wir, wie diese Zone ausgearbeitet wird. Wir warten auf einen Rätist, warten auf eine Konsolidierung und warten darauf, dass neue Volumen in dieser Zone erscheinen. Ich habe zusätzlich die VWAP-Linie mit Abweichungen eingestellt. Jetzt zeige ich meine VWAP-Einstellungen. Eine feste Abweichung von 16 Pips. Dies ist weniger ein Signal als ein Indikator dafür, wo sich der Preis befindet. Das heißt in der Regel ist es eine Kaufzone, wenn wir über die VWAP-Linie gehen. Das ist ein zusätzlicher Indikator, der Ihnen einfach mehr Sicherheit gibt. Schauen wir uns also den Montag an und sehen wir uns an, wie diese Strategie funktioniert hat und ob wir einen Einstieg hatten. Hier ist der Montag. Wir nehmen das Volumen des Schlusskurses vom Freitag. Wir markieren die Zone und sehen, wie wir in diesem Moment gearbeitet haben. Wir können sehen, dass wir zu Beginn des asiatischen und des europäischen Marktes diese Zone gehalten haben, aber wir hatten kein Volumen. Die Volumen wurden nicht herausgeschlagen und als der S&P das Level durchbrach, tauchten hier einige Volumen auf, aber es wäre falsch, in diesem Moment gegen diese Ansammlung von Volumen zu scherten. Und weiter auf der amerikanischen Session wird diese Zone ausgearbeitet. Meistens werden Trades in der europäischen Session getätigt, nicht in der amerikanischen Session. In der amerikanischen Sitzung gibt es eine andere Volatilität, dort treten andere Volumina auf, aber dennoch sind diese Niveaus relevant. Und im Prinzip reichen die Schlusskurse aus, um zwei bis drei Trades pro Woche zu machen. Am nächsten Montag sehen wir, dass die Volumen ungefähr an der gleichen Stelle ausgeschlagen werden und das Level im Prinzip hier bleibt. Dieses Niveau nehmen wir heraus. Dieses Preisniveau ist jetzt doppelt stark, weil es vom Freitag letzter Woche und vom Montag stammt. Wir brechen dieses Level bei der Eröffnung der europäischen Session. Dann brechen wir das Volumen, wir haben sie an verschiedenen Stellen, sodass es nicht klar ist, in welche Richtung die Bewegung wahrscheinlich gehen wird. Dann machen wir einen Rätest auf dem Rückzug und klopfen wieder Volumen unter dieser Ansammlung von Volumen aus, klopfen frisches Volumen aus und bleiben für drei 5-Minuten-Bars stehen. Das sind 15 Minuten. Wir bleiben stehen, beraten uns und gehen nach unten. Das ist ein großartiger Einstiegspunkt und eine großartige Bewegung von einem halben Prozent. Und das alles auf der VWAP-Linie. Nächster Tag. Wir markieren die Zone und beobachten. Wir brechen die VWAP-Linie wieder nach unten und durchbrechen die Tiefststände der vorherigen Session. In dem Moment brechen wir wieder das Volumen aus und konsolidieren unter diesem frischen Volumen. Wir stehen, wir stehen für eine lange Zeit, 10 Bars. Das ist fast eine Stunde. Und dann geben wir eine gute Abwärtsbewegung. Dann Rätest. Auf dem Tickchart, dem Minutenchart, können wir selbst etwas sehen, denn wir können es uns ansehen. Im Prinzip könnten wir hier noch ein profitables Tret haben, das zweite schon. Machen wir weiter. Also, das Volumen hat sich bei der nächsten Session nicht ausgezahlt. Im Grundsatz können wir das Volumen der vorherigen Session nehmen und sehen, was passiert ist. In der europäischen Session gab es nichts. Und im Grunde genommen war es auch in der amerikanischen Session nicht so ruhig. Wer den Minutenchart, Tickcharts verwendet, kann auch den blauen Moment beobachten. Vielleicht wurde hier im Tickchart etwas Volumen herausgeschlagen und konsolidiert. Gehen wir weiter. Wiederum schlagen wir das Volumen zum gleichen Preis aus minus 4.160. Wir können bereits feststellen, dass dieser Preis in dieser Woche sehr wichtig ist. Verschieben wir das Niveau ein wenig. Dieses Niveau wird entfernt werden. Das Niveau wurde auf der asiatischen Sitzung geschrieben. Das ist Freitag. Das ist heute. Dann machen wir einen Rätest. Hier gab es keine Volumina. Wir haben das Preislevel nach oben durchbrochen. Dann brachen wir nach unten aus, ein falscher Ausbruch, und gingen nach oben. Am Freitag hatten wir nichts. Also hatten wir im Grunde zwei Trades in einer Woche. Schauen wir uns noch einmal an, was wir hatten. Es war ein Short-Tret. Es war am Dienstag beim Rätest beim Volumen. Und wir hatten ein Trades am Mittwoch. Es war nach dem BBC Volumen und Konsolidierung unter diesem Volumen. Die Strategie ist sehr ruhig, sehr einfach. Sie können eine Menge anderer Tools hinzufügen, wie Tickchart, Minutenschart, Delta, Indikatoren. Diese sind auch in VOL-Fix verfügbar. Wir werden wahrscheinlich ein Video über Indikatoren machen, wie man sie verwenden kann, wie man sie zu einigen einfachen Dingen im Trading hinzufügen kann. Um zusammenzufassen, was wir sagen können, hier ist eine einfache, konservative Strategie, die sicher gehandelt werden kann. Sie können sie um einige kompliziertere Dinge ergänzen und die Anzahl der Trades erhöhen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an unseren technischen Support wenden. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag.